Versuchen Sie, Ihre Hände in der Mitte zu halten. Kannst du mir die kleinen Bällchen geben? Hinter dir zwei kleine Bällchen, ja? Sie denken einfach, Sie haben zwei Kastanien in der Hand. Das sind ja große Kastanien, ja, ne? Aber Sie haben zwei Bällchen in der Hand. Und Sie denken mental, ich bin so, aber das bedeutet, ich bin in meiner Mitte. Sehen Sie, das ist ganz einfach, Sie denken das einfach. Und hier sind Sie so, wenn Sie mit den Menschen reden. Sie sind in der Mitte und die Hände sind in der Bewegung. Und Sie sind nicht so, Sie sind nicht so, Sie sind nicht so, Sie sind nicht so, ja, ganz schlimm. Bitte auch nicht, eine zweite Sache, jetzt tut man an, zu flüstern zu den Leuten. Dritte Sache, nicht wegschauen, wenn jemand kommt. Haben Sie bitte Ihre Hämmerung weg jetzt. Sie haben die Chance im Leben, zu sagen, ich Hämmerung, wovon habe ich Angst. Ich bin bei Aufragung, ich habe doch keine Angst. Seien Sie stark, aber wissen Sie, worum Sie hier sind. Und wenn jemand kommt und diese Person, die Sie nicht so enttäuscht, vielleicht, zack, Sie wissen, die Schulter nach hinten, dieses Lächeln. Und gehen Sie auch. Also wenn Sie stark stehen bleiben, passiert nicht viel. Aber wenn Sie in der Bewegung mit den Menschen mitgehen, wie in dem Film so, dann machen die Menschen so, oh, ja. Und Sie gehen mit an der Zeit, weil Sie spüren, ja, die Menschen sind interessant oder interessiert sein. Denken Sie nicht an Gewinn, denken Sie nicht an Kunde und Umsatz, denken Sie, ich habe hier etwas zu geben. Meine Freundschaft, meine Freundlichkeit, meine Verbindlichkeit, nachhaltig. Kein Mensch muss was kaufen hier. Es geht um Image. Und Wochen, Monate, Jahre später werden die Menschen sagen, die Menschen werden auch sagen, das sind Freude. Da kaufe ich mein Licht. Das ist mein Licht. Damit möchte ich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Mitmachen. Und ich wünsche Ihnen viel Freude und viel Erfolg. Erfolg für diese wunderschönen Tage in Ihrem Leben, wo Sie hier wirken können. Sie wirken nach außen. Ich danke herzlich. Vielen Dank.